Hey Leute, ich bin's Otto, willkommen bei Pandido. Heute gibt es die Auslosung unserer 50.000 Abo Special Verlosung von unserem Shop. So, ich habe jetzt hier also schon mal den Hut mit allen jenen Kommentatoren unter euch, die mir einen Artikel genannt haben, den sie gerne haben möchten. Könnt ihr mal reingucken. Zum Beispiel hätten wir hier Sandra Fitzner oder zum Beispiel auch mitgemacht hat Playplay Bastelspaß Playmobil. Also viele, viele haben mitgemacht. Ich werfe euch jetzt mal alle in den Hut, mische das ordentlich durch und ziehe jetzt also drei Leute, die etwas aus unserem Shop geschenkt bekommen haben, was hier hoffentlich in den Kommentaren steht. Okay Freunde, dann wollen wir mal anfangen. Erster Gewinner ist... Knilli Millie. Herzlichen Glückwunsch, Knilli Millie. Du hast schon mal einen Artikel aus unserem Shop gewonnen. Ich mache mal direkt weiter mit der 2 und sage am Ende noch was dazu. Also, Gewinner Nummer 2. Die nehmen wir, die nehmen wir, wir nehmen... Und... Wir haben... Saskia Bayer oder Bayer. Herzlichen Glückwunsch. Auch du hast einen Artikel aus unserem Shop gewonnen. Wir gucken gleich mal was und wie es weitergeht. Und Gewinner Nummer 3 ist... Oh, wer wird der Letzte sein? Wir nehmen... Einmal ganz von unten hier... Oh, ich hab zwei. Einen. Niki Jonas. Also, wir blenden euch die drei Namen hier mal in dem Video ein, dass ihr alle Bescheid wisst. Saskia Bayer, Knilli Millie und Niki Jonas. Ihr habt also jeweils einen Artikel gewonnen, den ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und, ähm... Es geht jetzt wie folgt weiter. Ich schreibe euch jeweils jetzt eine private Nachricht bei YouTube, dass ihr gewonnen habt. Dass, ähm... Das in Einverständnis mit euren Eltern geschehen muss. Und ihr schreibt mir bitte schön, beziehungsweise am besten sogar einen Elternteil. Schreibt mir eure Adresse. Dann bestellen wir euch euren gewünschten Artikel direkt zu euch nach Hause. Ja, an die anderen, die mitgemacht haben, leider nichts gewonnen haben. Trotzdem vielen, vielen Dank. Ich hoffe, nächstes Mal habt ihr eine Chance oder schneidet ihr besser ab. Ähm... Trotzdem danke fürs Mitmachen. Danke nochmal von allen und vor allem von mir für 50.000 Abonnenten. Ihr könnt euch natürlich trotzdem immer noch auf unserem Shop umschauen. Einfach hier oben auf das kleine weiße i klicken. Schon seid ihr da. Und, ähm... Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch das Beste. Macht's gut, Freunde. Und ciao.